Das Posture Shirt 2.0 kann vielseitig angewendet werden. Sie können es für sowohl Entlastung und Unterstützung bei der Arbeit oder beim Sport sowie Reduzierung von Spannungen und Schmerzen im Alltag einsetzen. Wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz einfach. In diesem Video können Sie sehen, wie man das Posture Shirt 2.0 anzieht. Zuerst führen Sie einen Arm in den Ärmel und lassen Sie den Ärmel zu den Achseln hochgleiten. Sie führen jetzt das T-Shirt über den Kopf. Der Stoff wird sich jetzt vorne auf der Brust unter den Achseln sammeln. Greifen Sie nach dem Saum und ziehen Sie den Stoff an dem Saum nach unten, sowohl vorne als auch hinten. Ziehen Sie den Stoff an den Schultern hoch und ziehen Sie hinten an dem Saum nach unten, um das T-Shirt in die richtige Position zu bringen. Greifen Sie zuerst den einen Ärmel und ziehen Sie nach unten, während Sie ihn in die richtige Position bringen. Sie sollten jetzt spüren können, wie die Schultern leicht nach hinten gezogen werden. Wenn Sie das Posture Shirt wieder ausziehen wollen, greifen Sie unten an den Saum und rollen Sie es über die Brust. Kreuzen Sie jetzt die Arme und nehmen Sie die Hände zu den Schulterblättern. Greifen Sie das T-Shirt und lassen Sie das T-Shirt über den Kopf gleiten. Es ist wichtig, dass das T-Shirt eng anliegt, um den besten Effekt zu erzielen. Die Passform wird immer individuell sein, aber in der Regel sollte insbesondere an den Schultern und Schulterblättern keine Falten entstehen. Sollte der Stoff weiter unten auf dem Rücken etwas lose sitzen, ist das weniger wichtig für die Funktion des Shirts.